auf extra hülsen gekauft ja das so die 99 cent ja logisch muss ja wohl drin sein wie ich verstehe und weißt dass du gleich von da kommst neue sport oder bist du noch nicht gespawnt letztes habe ich dich andersrum wurde ja kann man mal machen oder ist er schon hängig schön in der eckere die spawn punkte alter unglaublich wir haben einen neuen nachschuhbäcker ok ne ne ich hab bloß gewartet auf dich hat situationen überhaupt sagt garantiert noch unter mir ich lege unten am brunnen ja ach wurfmesser geschmissen sollte ich muss auf einen geraden meinst du? hat doch die Alarmanlage zu höchst ich habe gerade die tisch gerettet boah aus hätte wo es war gerade haben wir laut reiki alter das kriegst du das kriegst du gleich warte ab winstufe 2 alter 4 tut auch weh ja ich hätte extra gemacht boom 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 Ich schreibe halt schon was vor gerade. Wenn du nicht willst. Wenn du natürlich möchtest, dann kannst du auch gehen. Aber wie ich dich auch einfach nicht finde. Wie kann denn das? Du läufst doch gar nicht, alter. Ne, weil ich am Schreiben will. Ach so, ja. Ich hab mir jetzt geschrieben, ne, jetzt treff nicht bleiben mit einer Freundin noch. Ja, ich muss ein bisschen Fikki-Fikki machen, hä? Ich muss das machen, was du nicht kriegst, alter. Ich glaub wie der ist. Bis der ist auch. Soviel ich weiß, er ist ja verheiratet, ne? Ja. Ja, René. Ja, ja. Darf wohl nicht so oft. Ja, siehste. Wollen würde wollen. Er ist aber auch, muss ich sagen, Weiberheld. Ja, aber das war's auch schon. Ähm. Er ist verheiratet. Ne? Hat aber, ähm. Das war's auch schon. Ich hab' dich die ganze Zeit, ich hab' dich die ganze Zeit gehört, man stand unten in den blauen Mäuschen die ganze Zeit. Boah, ich bin da gespawnt, alter, was los mit dir? Er hat auf der Werft, hat er alles angegraben, was, äh, so richtig schmalzig, eklig, war? Ja. Hm. So stelle ich mir den auch vor, alter. Ich konnte mit einer von, äh, Köcke, von, äh, Wechsfeuerwehr, mit Jana, mit der hab' ich mir hier sofort auf dem Anlieb verstanden. Ja, das ist auch gut. Ja, das ist auch gut. Also, Jana und ich beschreiben die jeden zweiten Tag, schreiben die über Facebook. Gästen fragte sie auch, äh, äh, hast du noch Kontakt zu den schleimigen, äh? Hä? Wo warst du? Ach! Geil! Zu dem, äh, schleimigen da, äh, der mich da angegraben hat. D-Täure. Ja, 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 mein Trenn, ne? Da sagst du Ja, ich sag ja, zugemahe, mein Kampf. D-Tür. Ja, also in Rostock. Und bei Bär. Man schiesst, wenn du mich siehst. Ich kann auch stehen bleiben. Oh, er mit den sparen nach. Ah, er mit den Sparen. E-Tür. Aber, was war's da? Wie war klar, alter. Ich kann auch stehen bleiben. Oh, er mit den Sparen nach unten. oh es kann noch immer wieder dazwischen kommen hätte einfach ein vergleich gesagt nee ist nicht es ist zu spät schon vorliegen wieder kann ich das ist mir wenn ich jetzt hier ja kann ja wo man passiert zu sagen nur ausreden das ist ja wirklich dumm auch einfach lassen okay doch ich habe anvisiert und und ich doch das war das scharf schützengewehr doch natürlich ich kann das aufnehmen für dich reiki ich kann das aufnehmen das war noch nicht mal ganz anvisiert ich habe auch heute ich habe den mülleimer getroffen so eine dreckige wo bist du dreckiger panda hier oben alter dahinten